Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette, heute mit eurem Crunch-Cow und etwas ganz Neuem, Blues & Bullets, was auch episodenartig aufgebaut ist, wie zum Beispiel schon The Walking Dead oder wie Life is Strange etc. Ich habe mich mit den Herstellern, A Crowd of Monsters heißen die, auseinandergesetzt, habe die Erlaubnis bekommen, das ja auch alles aufzunehmen und damit zu machen, was ich möchte und ich habe das Spiel selbst noch gar nicht gespielt oder angeschaut. Ich weiß also auch gar nicht, ob meine Kameraposition jetzt überhaupt die richtige ist und wie das Ganze sich jetzt gleich spielen wird. Ähm, das hat auch wieder was mit Entscheidungen zu tun, das Ganze ist wie gesagt episodenartig aufgebaut. Erstmal gibt es natürlich nur Episode 1, ich habe jetzt das komplette Spiel mir gekauft für 17,99 Euro glaube ich waren es. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und, ähm, wir fangen einfach mal an. Hier, Episodenauswahl, ne? Das Ende des Friedens. Gehen wir aber mal rein. Untertitel sind auf Deutsch, ähm, Originalsprache ist Englisch. Just for you. Szene 1. Ich spiele jetzt mit Controllern. Keine Ahnung wie das, äh, kommt und ob das cool ist. Muss man mal gucken. Na, sie juckt. Die Geschichte lasse ich natürlich laufen. Ich lasse jetzt mal sehen. Gehen noch mal die Entwickler. Wirkt schon sehr düster auf den ersten Blick. Mal gucken. Sieht aus wie ein modernes Gefängnis. Ja, sieht aus wie ein Gefängnisstab. Mal gucken. Oh, Gott. Oha. Das sieht ja echt nicht so nett aus. Hat so ein bisschen was von Sin City, mit denen einige Sachen sind farblich. Es ist dein Turn. Muss ich jetzt schon was tun? Okay, ich kann mich hier umsehen scheinbar. Okay, es ist schon ein paar Tage hier. Ja, ist ja gut. Ich bin anscheinend das kleine Mädchen, dessen Namen ich nicht kenne. Gibt es hier irgendwie einen Eimer? Ja, das ist ein Eimer, toll. Ich finde, ja, das ist ein Klopapier. Wir können uns jetzt vorstellen, was das ist. Und wenn wir nicht ausgehen, dann werde ich verletzt. Ich bin schlecht. Ähm... Zuversichert. Okay, ich kann den Schlösser knacken. Okay, ich kann den Schlösser knacken. Okay? Ich sollte mich wohl nicht zu viel herumtreiben. Okay, ich bin schlecht. Okay. Ich habe immer noch Zeit nichts. Ich habe mich noch geholt. Ich bin vorbei. Ich bin okay. Johannes. Oh, ich bedaukein. Ich bin gerne bei dem Schlösser knacken. Ähm, ich werde mich. Ich werde mich in die Schlösser knacken. Ich werde mich in die Schlösser knacken. Ich werde mich mehr im Lücke an eingeln. Ich werde mich in die Schlösser knacken. What are you doing? Help me, please. She's... there. Pizza. She's been really bad, hasn't she? What are you doing? What are you doing? I'm trying to keep putting the microphone on. This is too small. To be careful about it, I'm trying to get my head out. I'm trying to get my head out of the way. Ich mag diese Art der Musik. Muss man ja mal sagen. Diese kleine, miese Pätze. Da will man schon mal jemanden retten und dann sowas. Hätte ich mal Ausgaben gewählt. Weiß man ja vorher nicht. Wir spielen mit meinen Entscheidungen halt konsequent durch. Das ist dann halt so. Vorab, wer sich das anschaut und selber vielleicht das noch spielen will, sollte sich vielleicht nicht zu sehr spoilern. Die Farbe Rot ist ja anscheinend markant im Spiel, weil die ist immer dargestellt. Oh, ein Diner. Da wo man sich reinsetzt, Rührei bestellt oder sowas und dann noch einen Kaffee und mal so ein Kram. Was man halt so in American Dynas isst. Ich war noch nie mein, ich könnte es nicht mal sagen, was da so... Elliot? Nur eine Sekunde. Sandwiches und Burger. Alice, ich dachte, du warst auf der Tagesmeldung. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room. Then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Ähm, ja, nehmen wir dann wohl mal. Ähm, jetzt steuern wir den... Innenministerium. Okay. Ähm, jetzt steuern wir hier den älteren Knacker. Ähm, kann ich das jetzt hinlegen? Ach, hierhin. So, ähm... So, sieht doch noch schnuckelig aus. Hey, Ness! Where's my Burger? Okay. Okay. Sarkasmus, Drohnen oder Geduld. Oh, Sarkasmus ist immer. Hä, ich glaube so. Die Mädchen in Happy Dolls sagen, du bist eher der speedy-Type. Ich werde dich wieder wundern. Hä, hä, insofern. Sie holen den Tod, Robby, die Pharmacy. Aber... Es gibt keine Begriffe. Also, sie holen ihn mir. Elliot, ehrlich gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Serviere Alice den Kuchen. Wo ist doch der Kuchen da, oder nicht? Welchen Stück Kuchen soll ich denn sonst nehmen? Ach so, ja. Macht Sinn. Da ist Kuchen drin. Das ist Kuchen. Bereitet Dickens Bestellung dazu. Ja, die Frage. Ah, verbauen wir nicht. Wir können nicht zu viel machen. Habe ich da jetzt überhaupt was drauf gemacht? Wenn du nicht, muss ich bald arbeiten. Ich werde verrückt. Und ich muss deine Gesichter wieder aufrufen. Hast du das wirklich gesagt? Da geht's. Und hör auf das, Ness. Und dann sage ich ihm, The Doctor will have to work late too. And it'll be your fault. He'll be mad. And when he's done fixing your mug, it'll be so ugly, you'll never get laid again. Hahaha, he sang, right? Like a soprano. And you know what I did next, Ness? Goodbye. He rearranged his face. Exactly. You see, criminals are like Dodds. By the time they get punished, they forget what they did wrong. Ah, a bust-up face is forever. Alles voller fettflecken. Schön Burger rein, schön Aufprotzen. Oh, oh, Gott. This Burger is dry as dust. Are you sure you put sauce on it? Ah, die Fresse. Of course Dickinson. A splash to be precise. Ah, screw you, Ness. Hey, wer bist du denn? Du bist hier erste Mal, nicht wahr? Ich mag dieses Job, du weißt. Nicht weil ich koffer oder koffer mag. Dieses Job ist um zu verstehen Menschen, zu wissen, was sie wollen, was sie brauchen. Du musst nur aufbauen, die Augen öffnen. Die Kleine, die Haare, ein bisschen Bewegung, eine Hand, ein Knife. Nicht sogar über das. Nicht wegen mir. Ich bin gutig. Ich bin gutig. Ich bin gutig. Ich bin gutig. Und wenn du hier zurückkriegst, wirst du es findest. Du willst koffer? Nein. Ich bin gutig. 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 Vielen Dank. Aber nicht, Jenkins. Easy there, miss. Slow and steady wins the race. If I don't get some blackberry pie this minute, I'm gonna die before this day is out. Can you help me, sir? I'm afraid not. That's too bad. I need something sweet for my last day on Earth. Blueberry pie? Last slice. Hmm. You use Almedextract? Quarter of a teaspoon. Which brand? I make my own. Irgendwas plüppelt jetzt hier im Hintergrund auf, als er mir irgendeiner schreibt, aber ich weiß nicht worüber. Do I know you from some place? Me? No. But you do know my boss. Hmm. Eine Kugel. Oh, Rückblende. Ist das der alte Mann? Ich glaube, es ist der alte Mann. Was ist das? Ich habe das Gefühl, wir müssen in die Fresse polieren. Du solltest das nicht mitgebracht haben. Oh nein? Du wirst jetzt schreien? Hey, komm mal. Es ist Weihnachtsmus. Ich habe mich mit den Herstellern... Oh, ich habe ihn noch nicht erwischt. Oh, ich muss wechseln. Wow, wow, wow. Ins Herz. Noch mehr von denen. Krass, krass. Hihihi. Ja, komm. Spreng dich auch in die Luft. Ist natürlich jetzt doof gelaufen für die. Wir brauchen mehr Wände! Was? B. Äh, X. Psyllon. Alter. Ich habe jetzt eine klasse Waffe. Und dann geht's... Ich habe noch einmal bei mir. Auf ihn. Wow. Der hat mir auch schon den Scheiß. Der hat mich auch erledigt. Noch einer? Oder haben wir es jetzt? Ah. Ich würde mal ein schönes Blutbad hinterlassen. Jetzt wird das Blutbad noch mal ein bisschen inszeniert. Bam! Okay. Da haben wir mal richtig ausgeteilt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall hier. Und hier werden wir einen Cut machen. Gehe zu Capone. Das heißt, das müssen wir noch tun. Aber wir werden jetzt erstmal einen Cut machen. Werden hier das an der Stelle beenden. So als erster Teil. Ich werde diese Episoden weiterspielen. Werde dann auch alles immer weiter aufnehmen. Und das wird sozusagen unser neues Let's Play. Was dann episodenartig immer mehr oder minder mit rauskommt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich gefällt es euch. Schreibt uns eure Meinung zu dem Spiel, falls ihr es selber auch mal spielt. Denkt daran, wie gesagt, das kann gegebenenfalls spoilern. Deswegen solltet ihr euch überlegen, ob ihr es halt auch mal weiterguckt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.